Herzlich Willkommen zu HUA 20-Uhr-Folge Geisteskrank, ihr wisst es eh, weil ihr habt ja sicherlich auch schon reingeguckt Wir werden jetzt erstmal kurz lockerflockig hier die Skillspiele wie immer machen Die Skilly Vandities, weil die gehören ja dazu wie das Armen in der Kirche So, Kistenbauer als erstes, die Packs werden natürlich heute mit öffnen Wir werden die heute öffnen und wir werden sie morgen öffnen Sonntag muss ich mir überlegen, ich denke mal da werden wir auch noch was hingeschnippelt bekommen Weil wir haben ja die ganzen Punkte, also ihr könnt euch wieder auf ein schönes Wochenende freuen Sonntag gibt es auch eine neue Folge von Ich bewerte eure Teams mit einer neuen Liste Das heißt es wird nicht mehr wahrscheinlich so einfach sein 10 von 10 oder 9 von 10 zu bekommen Ich bin gespannt wer das hinkriegt am Sonntag Folge ist Standpunkt jetzt noch nicht aufgenommen Das heißt wenn ihr vielleicht jetzt noch kommentiert, habt ihr eventuell noch die Chance dran zu kommen Am Sonntag, Sonntag 8 Uhr mit einem Käsebrötchen in der Hand So läuft es, so und nicht anders Männer Männer und Frauen, kommt Zappacosta Ja der ist natürlich zu langsam hier fürs Ende Aber trotzdem komme ich als erstes durch Sehr gut, bam Das war das zweite Dann gehen wir rein ins dritte Schüsse Szenarius Okay Ist aber eigentlich, Szenarius ist immer Finde ich jetzt eines der spaßigsten Skillspieler aus meiner Sicht Wenn man nicht gerade so flankt wie ich, Esel So Klose vorbei und in den Winkel Und nochmal Klose nochmal rein den Lachs 3000, wichtig und richtig Richtig und wichtig So, zack Wunderbar So Skillspiele mach ich Äh Skillspiele sag ich schon Versus Angriff mach ich wahrscheinlich heute nicht Ähm Mach ich dann wahrscheinlich Ja Vielleicht morgen Vielleicht Sonntag Jetzt hab ich erstmal Bock wieder Die letzten Tage waren ja ein bisschen mehr über den Angriff Heute, ne Wir gehen rein Erstmal guck ich aber Was der Kollege denn bringen würde Hier ist er nicht abgebildet CR7 ist natürlich Lass uns mal kurz Ronaldo nachschauen Und die Karte sieht halt auch so Geil aus, ne Boah Kaufmenge Ja, ja, das Der wird noch deutlich teurer Werden Hm Sieht man ihn hier? Zidane Kassiersnö Der Wayne 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 Wune Alter Diese Karte Und es gibt ihn Zweimal kann ich Also ich könnte mir den Ich könnte ihn mir kaufen Ich könnte ihn mir jetzt für 99,7 Millionen Münzen kaufen Hm Mach ich aber nicht Weil dann müsste ich sowieso meine Aufstellung wieder ein bisschen umstellen Weil ich habe ja 4-2-4 Aber Wayne Wune ist jetzt schon Natürlich ist das nicht mein Main Team Sondern Nein, nein Gefettfingert Das ist mein Main Team hier Hm Schwierig, schwierig, schwierig Ganz, ganz schwierig Aber egal Wir gehen erst mal rein Vielleicht ziehe ich ihn ja auch Vielleicht ziehe ich ihn dann dreimal Kapi Kapi, Klaus, Nikolaus So Hm Ich öffne heute 9 Stück Wieso ich 9 öffne Ich habe derzeit nicht mehr auf dem Tacho Und deswegen öffne ich 9 Aber keine Sorge Dann öffnen wir morgen 16 Heute 9 Morgen 16 Also morgen könnt ihr euch auch nochmal auf ein schönes Geiles Dickes Pack opening Freunde Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1% Wenn wir 2500 Premier League Punkte bekommen Ist die Wahrscheinlichkeit 1,11% Ist es eigentlich illegal Wuppertal Senegal Scheißegal Wir gehen rein Erstes Pack Komm Wayne 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 Wune Ich habe dich vor kurzem auf Twitch als Autogrammkarte gezogen Deswegen komm Gönn Oh Das wäre auch zu Ah, 1750 ist gar nicht so verkehrt 1750 war eine Wahrscheinlichkeit von 22% Mashallah Maschallah Zweites Pack 1500 Drittes Pack Drittes Pack Drittes Pack Drittes Pack Wieder 1500 1500 Nimmt man mit Ist vollkommen okay So die goldene Mitte Aber Ich würde gerne mehr Punkte haben Und ich würde auch gerne Nene Wayne Wayne Junge Wo bist du? 1750 Okay 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 Komm 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 on Komm on Komm on Einfach Wir haben schon lange keine Icon mehr gezogen In diesen Packs In diesen Reihen Packs Wenn ich einfach Dass es reingeht Walk out Boah das wäre Das wäre ein Traum Das wäre ein Traum Und nicht nur 1500 Punkte Mann Mann 1750 Zwei noch Zwei heute Mach bitte Gönn 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 Oh 1750 Letztes Letztes Pack Und wieder 1750 Die Punkte war in Ordnung Sogar Es waren relativ viele 1750er Aber halt auch nicht mehr Ja Aber halt auch nicht mehr Punkt So Lass uns mal hier kurz Reinstellung Die Punkte werde ich Heute nicht ausgeben Die Punkte werde ich Dann logischerweise erst am Sonntag ausgeben Aber wo Würden sie denn hier hinkommen Ah ne das ist was Ganz was anderes Reservespielertoken Das ist ja Käse Was mach ich denn hier Hier will ich ja gar nicht hin Wo will ich denn hin Ich bin grad lost Ich bin grad richtig lost Ich möchte zum Premier League Dings hier Fußball Meilenstein Hab ich gar nicht gesehen hier Wo kommt denn das her Mai Spiele 110 Um Mai Bloom zu erreichen Mai Matches Sind die irgendwie krank Wieso macht man denn so Einemote 110 Spiele Wenn ich jetzt da Eine Icon bekommen würde Untauschbare Icon Meinetwegen Dann würde ich es verstehen Aber 110 Spiele für Einemote Willst du mich Flaxen oder was Willst du mich hier Hopsen oder wie Hier Premier League Wohne ich Da muss ich hin Hier ist eine Nemanja Wiedic Alter Falter Und hier hinten ist er Der sieht so brutal aus Diese Karte sieht so Wunderschön aus So wunderschön Es gibt keinen schöneren Keinen schöneren Spieler Es gibt keine Eine schönere Karte Christian Ronaldo Das ist mein Liebes Geständnis hier an dich In der 20 Uhr Folge Hi De Witzka Umtausch Kann man da nochmal Was denn machen Da gibt es einen Riyad Mares Und es gibt hier Guck mal 89 plus Das könnte man dann Eventuell auch mal Ausprobieren Aber 85 Habe ich sogar Jemanden David Beckham Copy Nein Waran Und hier Habe ich keinen Okay Das heißt man müsste Sich dann noch ein paar Spieler kaufen Aber dafür habe ich ja Über 100 Millionen Münzen Auf dem Tacho Das soll es gewesen sein Für die 20 Uhr Folge Lasst ein Like Da lasst ein Abo Da wir sehen uns dann Morgen wieder Um 20 Uhr Sonntag dann mit Zwei Uploads Also das Wochenende Habt ihr wieder was Was zum Luschan Einen schönen Start Ins Wochenende Wünsche ich euch Und morgen Haui Herder BSC Ich bin raus Und habt einen schönen Schönen Abend Und ein Ja keine Ahnung Vielleicht seht ihr das Video Auch erst am Samstag Dann wünsche ich euch Einen schönen Start Ins Wochenende Oder ein schönes Wochenende Oder keine Ahnung Schön statt uns in die Woche Kommt drauf an Wann ihr das Video seht Ich bin raus Und bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal